BEYOND LEVEL ONE Sie dreht sich gerade um in ihre Richtung wieder und holt gerade wieder aus und sagt Ich krieg dich schon auch du Hinterwettlerin Und in dem Moment Siehst du ihre Haare, ihren Backenbart, der so richtig fluffig wird und groß und sich HALO Hallo! Willkommen zurück Wir probieren es wieder, weil wir haben vorher schon mal 15 Minuten aufgenommen Es hat nicht funktioniert, weil wir Profis sind Aber Willkommen bei Akademia Requiem Seelenwinter Verkehrt Nicht Requiem, es war nicht einmal Requiem, es ist ja Himmelssturm Also, noch einmal Kappe Willkommen bei Seelenwinter Himmelssturm Akademia Ich habe es geschafft Ja Okay Applaus, Applaus Wir sind in einer fliegenden Stadt Hoch oben Mit Jungen Magier Magiebegabten Und Magiebegabten Die Ihre Chance nützen wollen Um sich eine Angenehme Zukunft zu verschaffen Diese angenehme Zukunft Wäre schön für die Sissi Wem spielst du Cassandra Wem spielst du Rufus Das ist der Mani, der spielt den Rufus Und wir haben die Eva Die spielt Mirabelle Mirabelle Die spielt die Mirabelle Und Wir sind dort, wo wir hingehören Nämlich ein paar Tage Vor einem großen Duell Aber bevor wir dort hinkommen Lieber Rufus Du hast ein Date offen Mit der guten Ethel Von der Gruppe Marilith Wie glaubst du Also nicht du, Mani Sondern wie schätzt der Rufus ein Dass dieses Date abgelaufen ist Gib ein paar kleine Details Aber auch so ein bisschen Ein Gefühl Ja Also aus der Sicht Vom Rufus Ist es sicher nicht so schlecht abgelaufen Also nichts Furchtbares passiert Ja Höchstwahrscheinlich Höchstwahrscheinlich, gut Ja Ich glaub, dass er In seinem Kopf Definitiv die Mission Als erstes stellt Ja Also er will Information bekommen Für diesen Kampf Was man eventuell manipulieren könnte Ja Was es zu bedenken gibt Aber ich glaube Während des ganzen Dates Ist er wahrscheinlich Dann auch ein bisschen aufgewärmt Mhm Und ja Ich glaube Er hat sich auch Ganz gut unterhalten Ja Okay Ja, fein Was du mitbekommen haben wirst Während dieses Dates Und das ganze Date Wollen wir In einer Archive Folge Archive Avias Irgendwann einmal Nachspielen Mani hat schon Sein Zuverständnis gegeben Sein Einverständnis Dass wir das machen werden Das heißt Das sieht man dann Bald Hoffentlich Was du bei der Ethel Das Gefühl hast Ist die Ethel Ist So ein bisschen Dieses Gothic Chic Das man kennt Ja Sie ist So ein bisschen Einzelgängerin Sie ist ein bisschen Von oben herab Von ihrer Art her Aber sie ist ziemlich gescheit Sie ist eine intelligente Person Und sie ist wie gesagt Einzelgängerin Auch in ihrer eigenen Gruppe Sonst hättest du jetzt nicht das Date mit ihr Und du hast das Gefühl Auch wenn du das Duell ansprichst Dass sie ganz offen mit dir redet Was diese Sachen betrifft Ja Also sie ist nicht verschlossen Es stört sie auch nicht darüber zu reden Wichtig ist, dass sie nicht blöd dasteht am Ende Und Wenn du sie fragst Wie das mit der Manipulation Des Schlachtfelds ist Dann wird sie dir auch sagen Ja Die die das machen Brauchen ein bisschen Kriegen ein bisschen Geld Und dann machen sie Was man ihnen anschafft Die haben da überhaupt Keine Gewissensbisse Oder Konflikte Was das betrifft Das heißt ja Einfach machen So wie ihr euch das vorstellt Was auch immer ihr vorstellt Sie fragt aber nicht nach Was euer Plan ist Ja das tut sie gar nicht Das interessiert sie nicht Du hast du das Gefühl Nachdem sie gesagt hat Nachdem sie ihr Ding gesagt hat Das reicht ja schon Damit hat sie alles getan Was sie tun will Diesbezüglich Ja Und Also das Gefühl Am Ende dieses Dieses Date Wie endet dieses Date Ist es Gibt es eine Umarmung Einen Kuss Einen Einen Fistbump Wie schaut das aus Naja Ich glaube der Rufus ist selber noch Sehr Awkward Wer weiß nicht so ganz mit der Situation umzugehen Was sich hier und da wahrscheinlich zeigt Also ich nehme an Garantiert wird nichts initiieren Keinen Kuss oder eine Umarmung Aber vielleicht dann Einen sehr komischen Ein komisches Händeschütteln Oder so irgendwas in die Richtung Ok Ja Schön 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 Also der Nerd und die Gothic-Jek Ja Ja Sehr schön Ja und dann Sind es nur mehr ein paar Tage Bis zum Duell Aber bevor dieses Duell stattfindet Gibt es noch die Prüfungen Ihr wisst Bescheid, es gibt ein paar Gebiete, die sind Pflicht, es gibt ein paar Gebiete, die sind Kür. Ich habe euch im Vorfeld schon gesagt, welche Wissensgebiete man abgefuckt werden können und abgefuckt werden. Arcaner muss jeder von euch machen, aber ob ihr dann History, Medicine, Nature, Religion oder irgendein anderes Gegenstand wie Kaligrafie oder Alchemie als Wahlfach abtesten lassen wollt, ist eure Sache. Aber beginnen tun wir mit Arcaner, das muss jeder machen. Und ja, bitteschön, würfeln wir doch, wer mag anfangen? Ich habe angefangen. Okay, bitte, dann fang du an. Ich weiß nicht mehr, was ich gewürfelt habe wollen. Oh, ich nehme einen Vorring. Ja, ja, ja. Zwölf. Zwölf ist sicher. Ich habe alle sortiert, zwölf ist sicher. Ja, wir müssen es gar nicht nochmal würfeln eigentlich, wir können es einfach durchgehen. Du hattest zwölf. Ja. Du hast keine Ahnung, wie gut es geklappt hat, der Test. Du hast so ein neutrales Gefühl. Bei dir ist klar, schriftlich, mündlich abgehakt. Ja, bist reingegangen, dann hast du das gemacht. Arcaner ist dein Ding. Jetzt ist es durch. Ja, die Kassandra ist schon extrem nervös hineingegangen und ist dann kreidebleich und sich halb übergebend rausgekommen mit, das war nichts. Das war nichts, das war, das war, das war nichts und gleich ins Zimmer zurück. Du hast als nächstes Wahlfach Nature genommen und hattest eine 22. Ja. Insgesamt, was natürlich für dich völlig klar ist, der Prüfende ist der Valterius, der aber nach circa zwei Minuten eingeschlafen ist und der Beisitzende, die Beisitzende Simjuriel, hat sich das angehört, hat Notizen gemacht, hat ihr wie immer sehr historisches Gesicht. Zum Schluss nicht mehr stoisch lassen können, sondern hat ihr irgendwann einmal, hat dich abgebrochen, irgendwann einmal unterbrochen, hat genickt, hat du es gesehen wie so einen großen grünen Hager. Und dann hat sie die Hand vom Valterius genommen, seine Feder und hat dann offensichtlich dort auch noch irgendeine Klackse drauf gemacht und hat die Hand zurückgekriegt und hat dir zugenickt und dir gratuliert für diese hervorragende Prüfung. Ja, ich habe definitiv von der ersten Minute angefangen zu reden und nicht mehr aufgehört, bis sie mich unterbrochen hat. Ja, so hat die Prüfung ausgeschaut. Ja. Wer möchte denn als Nächster? Ja. Rufus ist voller Taten dran. Rufus ist voller Taten dran. Ich habe alles gelernt. Ja. Ich auch. Ich habe gelernt für Geschichte. Ja. History. Ah, okay. Schön. Das ist eine zwölf. Eine zwölf, okay. Ja. Du bekommst einen Fragebogen, bei dem du jetzt nicht hundertprozentig dir sicher bist, ob du alles weißt und alles richtig ausgefüllt hast. Das ist eine alte Geschichte. Alte Geschichte. Also ja, aber du bist trotzdem noch immer relativ, also du hast nicht ein Du-Gefühl von wegen, okay, das war gar nichts so wie die Kassandra bei dem ersten Test. Was ich vielleicht nicht erwähnt habe, ist, das ist eine rein spielmechanische Geschichte, die jetzt vielleicht aus der Story reißt. Aber man kann einfach bei einem Fach versagen. Wenn die anderen zwei akzeptabel sind, spielt das jetzt nicht so sehr die Rolle, ja? Also, Akzeptation. Und mit diesem Gesichtspunkt, liebe Kassandra, wohlwissend, dass du vorher schon versagt hast, eine Fünf hattest bei Arcana, was machst du? Religion, weil ich war ja in der Klosterschule und da bin ich ja praktisch eigentlich schon drauf getrichtet worden und das liegt mir irgendwie schlimm. Da bringe ich schon ein bisschen Vorwissen mit und dann kann ich hoffentlich nichts versagen. Ging nach einem Grad. Ich will nicht hinschauen. Oh. 19. 19. Hervorragend. Ja, man merkt einfach, auch wenn es dich vielleicht nicht so interessiert hat, Religion damals, es war halt etwas, das dir die Schwestern der Witwe eingebläut haben in diesem Konvent, in dem du warst. Auch wenn du nicht sehr lange dort warst, aber dort wurde dir wirklich eingetrichtert, was es mit den Religionen Avias so auf sich hat. Und da meine ich nicht nur die Götter selbst, sondern auch die Titanen, die Naturgötter, die von den Barbaren angebetet werden. Alle diese Dinge wurden dir beigebracht und du hast das Gefühl... Ich glaube, es ist doch besser. Ich glaube, es ist doch besser. Sie haben nicht so geschaut, als würden sie mich gleich wieder rausschicken. Ich glaube, es ist doch besser. Nur noch eine Prüfung, du schaffst das schon. Ich weiß aber nicht, wo. Abdrücken. Einfach würfeln. Bitteschön, liebe Mirabelle. Medizin. Medizin. Oh, so geil. 24, bitte. So gut angestrebt. Super. Ja, ich habe sehr viel gelernt. Total ausgezahlt. Gut. Auch wieder das selbe Ding. Ich gehe rein und fange zum Reden. Du siehst, dort liegt eine Echse, eine Art Frosch, den du sezieren musst. Und du siehst aber im Augenwinkel, dort stehen schon Fragen an einer Kreidetafel, die du wahrscheinlich auch noch beantworten musst. Und du fängst an zu sezieren und beantwortest aus dem Augenwinkel schon die Fragen, die dort auf der Tafel stehen. Und du siehst auch gleich, ja, die Prüfer machen lauter. Du siehst nur mehr die Haken und die Unterschrift, die dann ist. Und innerhalb von Rekordzeit bist du eigentlich relativ schnell fertig mit der ganzen Geschichte. Alle Organe von diesem Tier sind benannt, alle Fragen beantwortet und Hände sind gewaschen. Und du kannst schon wieder rausgehen. Und du hast ein sehr gutes Gefühl. Rufus. Ja, ich bin davon überzeugt, dass das Übertragen von einem Zauber in ein Zauberbuch eine Kunst ist. Deshalb muss ich Kalligrafie studieren. Schön. Auf Wartes. Es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug. Habe ich irgendeinen Bonus darauf? Hast du Tools, hast du Tools Kalligrafie? Wenn ja, bekommst du entweder Intelligenz oder Geschicklichkeit plus deinen Proficiency, wenn du Proficiency Bonus drauf hast. Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Okay, na dann ist es einfach ohne Proficiency Bonus, aber such dir aus, ob du, machen wir Text dazu? Text? Ja, in dem Fall schon, weil du es als Kunst bezeichnet hast. Ja, absolut. Ja, da geht es um reine Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit, wie schön du diese Schriftzeichen machst. 16, bitte. Ja, Zufriedenheit. Also, du hast dir ein gutes Freifach ausgewählt, obwohl du jetzt gar nicht so oft bei den Übungen dabei warst, weil du andere Sachen halt einfach bevorzugt hast. Aber der Kai Ron aus dem Haus Mordecai, der Vorsitzende ist für diese Sache, ist sehr beeindruckt. Und am Ende deiner Prüfung meint er dann junge Auszubildende, warum seid ihr nicht öfter in meinem Kurs? Ich würde euch anbieten, das öfter zu machen. Ihr habt ein Talent dafür. Kommt doch bitte öfter zu mir. Ihr schmeichelt mir sehr. Möglicherweise ist das eine gute Idee. Und du siehst, wie er eine ziemlich gute Note unter deine Arbeit gibt. Lässt dich das aber auch sehen, wenn er das macht. Und lässt er dich. Du bist zufrieden. Kassandra. Was kann die Kassandra noch gut? Das ist ein bisschen schwierig. Sag, was sie kann. Sie kann sich gut in den Eckstellen übersuchen, muss ich zwar zu sagen. Ja, das ist vielleicht dann beim Duell gut. Genau. Ich würde dann aber tatsächlich auch auf Kalligrafie gehen. Mit Geschicklichkeit. Ja, oder mit Intelligenz, wie du vorher gesagt hast, weil ich das einfach gut abkopieren kann. Also weniger als Kunstform, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, ich sehe das und mache das gut nach. Also weniger als die Kunstform, sondern mehr als die wirkliche reine Kopierform. Okay, warum nicht? Ja, probier's. Ich bin gespannt. Kassandra ist unendlich nervös vor jeder einzelnen Prüfung. Fühlt sich nicht sehr wohl in ihrer Haut. Plus. Plus drei, wenn ich Intelligenz nehme. Plus sechs. Ja, du gehst, du denkst dir Kalligrafie, Kalligrafie, ich bin intelligent, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Und merkst halt wahrscheinlich während, 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 während dieses Tests, dass, dass es, ja, Kalligrafie eine Kunstform ist. Und die geht halt, es ist zwar gut, wenn man intelligent ist, dann wird man die Techniken schneller lernen. Aber hier geht es eher jetzt um die Sache. Und du beginnst und du merkst, du fährst und dann tinken Glexe und die Feder biegt sich auf und so Sachen. Also ich merke aber auch schon, es ist wirklich nicht mein Tag. Also ich habe das, ich bin da nicht so extrem kunstvoll geübt, wie der Rufus, weil wir haben gemeinsam geübt. Ja. Und ja, er hat mir sehr viel gezeigt und ich weiß, er kann das sehr, sehr gut. Aber so schlecht, oh Gott, so schlecht, ich bin nie eingeführt, ich komme raus und ich komme zu dir und ich weine. So schlimm, war es noch nie. Ich bin fertig mit den Nerven. Und so vergehen die Prüfungen, die mündlichen, die schriftlichen und es rückt der Tag des alles entscheidenden Duells an. Jetzt meine Frage an euch. Habt ihr etwas unternommen, um das Schlachtfeld zu manipulieren? Deine Schwester, die Seraphina, hat die Möglichkeit, euch zu zeigen, wo es ist, wie es aussieht. Und ich habe die Fässer extra noch nicht aufgestellt, weil wenn ihr das übernehmen wollt, wenn ihr das manipulieren wollt, müsst ihr mir nur sagen, wie macht ihr es? Macht ihr es selbst? Zahlt ihr jemanden? Wie bezahlt ihr den? Und was lässt ihr in den Fässern sein? Ich tue mir urschwer mit Battlefield preparen. Also die wollen das anzünden? Ja. Und sie wollen sich selber, hast du gesagt? Sie wollen sich resistent machen gegen Feuer. Ja. Und was muss nehmen, dass sie selbst... Sie gehen davon aus, dass alles brennt. Möglicherweise. Aber... Wenn wir den Schadenstyp umändern, von Feuer auf was anderes, dann umgehen wir das alles komplett. Der Punkt ist auch ein anderes. Sie werden dann wahrscheinlich, wenn Sie damit rechnen, dann werden Sie wahrscheinlich die Fässer sowieso anzünden. Das heißt, Sie würden eine Attacke gegen die Fässer machen und die ist umsonst. Ja, das stimmt. Können wir es auf was ändern, was nicht in feurigen Flammen aufgeht, sondern vielleicht Eiskristalle oder irgendwas? Ich weiß nicht, ob du das schon bemerkt hast, aber ich bin mit Eis nicht zurückgehabt. Ich kann das nicht. Wenn auch nicht, oder? Eis? Nein. Also wir können Wasser reingeben. Ich glaube, Wasser wäre wahrscheinlich das Beste in dem Fall, weil... Wie? Rein logistisch. Diese Fässer stehen dort. Wenn wir dort hingehen, fliegen diese Augen herum und schauen uns dabei zu. Wie sollen wir die alle ausleeren und dort Wasser reintun? Nein, wir brauchen die Raustaschen. Der Ben sagt, also Serafina hat so gesagt, in Wirklichkeit wird sowas erwartet. Dass Leute ihre Intelligenz verwenden, um sich Vorteile rauszuholen. Das ist in Ordnung. Können wir einfach hingehen und die Fässer alle anstechen, damit das Öl alles rausrinnt? Ich würde es nicht persönlich machen. Ist das nicht gefährlich? Ich würde auch nicht das Öl einfach rausrinnen lassen. Ich würde wirklich einfach gegen die Wasserfässer tauschen. Ich würde auch nicht Öl raus und Wasser rein. Einfach Wasserfässer. Wo bringen wir die her und wie können wir die... Ja, so wie die anderen. Wir tun wieder zurückbestechen. Esso meinte, dass es nicht besonders viel Geld benötigt, diese Leute zu bestechen. Wie haben wir Geld? Wie viel Geld haben wir? Also du kommst aus Armen. Eben, ich habe nicht wirklich was gar. Du bist jetzt auch nicht reich. Also wir können uns das vielleicht gar nicht leisten. Nein. Der Ben. Ben. Am ehesten. Sagt, naja, das kommt jetzt drauf an. Ich meine, wenn das hunderte Goldstücke sind, dann kann ich es mir nicht leisten. Aber ein bisschen was habe ich schon. Und ich meine, mein Bruder ist Haus Mordecai. Äh, Haus, nicht Haus Mordecai. Mein Bruder? Ja. Nein, der ist bei Engel, oder? Der ist Haus Engel. Mein Bruder ist beim Haus Engel. Oh mein Gott. Das war ein Beispiel. Ja, Haus Engel. Und ich auch. Ich werde auch beim Haus Engel sein. Mit meinem Bruder. Ich bin, mein Bruder ist nämlich beim Haus Engel. Ich selbst offensichtlich besser als du. Das kann ich schneiden. Naja, wenn du bereit wärst, vielleicht ein bisschen sie zu machen wollen. Ich würde es euch schon auslegen. Ich meine, irgendwann erwarte ich mir schon, das Öl muss weg. Wir können es auch austauschen, also wenn Serafina uns sagt, wo wir die Feste austauschen können, würde ich es auch mit ihr austauschen, zum Beispiel. Dann sparen wir jetzt ein bisschen was. Ja, aber wird das beobachtet? Natürlich, alles wird beobachtet, was wir machen. Wahrscheinlich ist jetzt auch gerade irgendwo ein Auge, sagt dann, schaut sich um und sieht halt ganz. Allerdings, das Öl in Wasser umzutauschen, ist nichts, für was wir wirklich bestraft werden können. Nein, das sowieso nicht. Ich glaube gar nicht, dass das bestraft wird, sagt der Ben. Also wir nehmen ihnen, glaube ich, eine Attackenrunde, oder eine Attacke zumindest, mit der sie rechnen, dass sie einfach für alle Probleme, vor allem für euch zwei Probleme darstellen. Aber nur, falls sie nicht wissen, dass wir es zurücktauschen in Wasser. Ja, aber dann ist trotzdem das Öl weg. Ja, das Öl sollte weg. Rufus wird so einen Bogen machen und sich irgendwie an dich anpirschen. Wie sehr versuchst du zu pirschen? Nur optisch. Ach, okay. Du wirkst so, als könntest du vielleicht irgendwas machen, um uns da besser reinzubringen und dass wir die Fässer umtauschen. Hast du irgendwelche Tricks auf Lager vielleicht? Oder? Nein? Ich kann uns eine Deckung verschaffen. Sie hat einen Feuertamen. Ja, Ben, das stimmt. Ich kann uns eine Rauchwolkendeckung verschaffen. Und ich kann mich verkleiden. Also ich kann mich so gut verkleiden, dass es ausschaut, dass wäre ich wer anderes. Ich meine, ich würde das Risiko lieber eingehen, dass wir erwischt werden, als den Leuten zu vertrauen, denen wir Geld unterschieben. Ich bin sehr dafür, sie auszutauschen von mir aus, auch total im Offenen mit sie einfach herumrollen und sagen, die riechen komisch. Wir wollen nur sicher gehen, dass sich niemand extra daran verlässt. Wir hätten die gerne wieder mit Wasser befüllen. Ja, wir können auch einen anonymen Tipp abgeben, aber ich glaube nicht, dass das der Gedanke ist. Aber wenn wir das machen, dann verlieren wir unseren Vorteil im Kampf. Ja, aber die Chance, dass sie herausfinden, dass wir es wieder zurückgetauscht haben, ist relativ viel. Nein, nehmen wir doch die Chance einfach wahr. Also mehr ist, dass wir sie nicht haben, aber dass wir sie offen aufgeben, würde ich auch nicht machen. Ja, voll, probieren wir es. Selber austauschen oder zahlen, wenn, was die lieber... Es ist halt anstrengender, wie viele Fässer werden das sein, hat die Seraphina was gesagt. Ja, aber wenn wir es selber machen, dann wissen wir wenigstens, wo die Dinger sind im Endeffekt, oder? Ja, genau. Machen wir es selber. Ich kann mich auch, wie gesagt, tarnen, sodass es ausschaut, als wäre ich von der Einzappartie. Aber wir brauchen wahrscheinlich eine ganze Nacht dafür, weil das wird viel Arbeit werden. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich, wie viele Fässer? Wissen wir es? Hat sie was gesagt? Na ja, ein bisschen Fässer sind schon mal mehr. Ja, ein Fass ist ziemlich groß. Können Sie euch auch verkleiden? Ich werde mich nicht viel verkleiden, glaube ich. Ich meine, wenn sie mich erwischen und es ist wirklich, was soll passieren? Ja. Wir tragen Wasserfässer herum? Mhm. Ja. Aber ich weiß nicht, inwiefern die Räume sozusagen abgesperrt sind. Na ja, dann mach du mal irgendwas Kluges vielleicht. Das heißt, ach Gott. Was Kluges? Aber du sagst ja immer, du bist so ein Gangster. Sag ich gar nicht. Na ja, aber du tust so, als wärst du ein Gangster. Ich tue überhaupt nicht. Nein. Heute in der Nacht gehen wir zu diesen Fässern und bringen sie in die Latrine und leeren sie dort aus und bringen sie wieder zu. Ja, Latrine, dein Bereich. Kenn ich aus. Das ist ein guter Vorschlag. Ich hatte einen Plan. Ja. Irgendwer muss ich einen Plan haben. Gut, dann machen wir das. Machen wir das. Sehr gut. Gut. Dieser Plan wird ausgeführt. Was ihr bemerkt ist, ja, wenn man in der Nacht Dinge tut, dann beobachten einen diese Augen. Aber es kommt niemand, es regt sich niemand auf. Ihr werdet beobachtet von diesen Dingen. Macht mir bitte entweder einen Stealth Check, Strength Athletics Check, irgendetwas, das mit dieser Nacht- und Nebelaktion hier zu tun hat. Sehr gut. Jeder eins, jeder irgendwas. Das kann sleight of hand sein, das kann Stealth sein, das kann egal was sein. Okay, also ich weiß schon, wer die Fässer hebt. Ben kommt oder Ben auf? Ben hebt mit Fässern. Ben ist relativ stark. Muss jeder was anderes machen? Nein, nicht unbedingt. Okay. Also wir können auch das Beste überführen. Ja. Weil Strength ist das Beste. Du kannst das machen, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt für dich. Was kann man machen? Man kann Türen, Türen sind verschlossen dort. Dort, wo ihr verschlossene Türen seht, diese Räume sind tatsächlich verschlossen. Und genau. In den anderen Räumen ist nichts. Die Fässer, die da so rumliegen, sind dann die, die ihr verteilen könnt. Aber man kann zum Beispiel sagen, hey, ich sleight of hand oder ich habe den Zauber knock oder was auch immer. Ich öffne diese Tür und dann kann man das machen und dann könnt ihr dort Fässer reinstellen nach eurem Gutdünken. Bitteschön, was tust du? Ich werde mich strategisch aufstellen und patrouillieren und schauen, dass alles gut geht. Ja. Und versuche das sehr stealthy zu machen. Ja. Weil wirklich, deshalb würde ich gerne einfach einen Stealth-Check würfeln. Bitte schön. Schauen, dass alles gut koordiniert und leise abläuft. Ja. Das ist eine Zwölf. Ja, bitteschön. Ich bin mit Ben prinzipiell für die schweren Sachen zuständig. Ich würde aber sonst mich auch bei Bedarf um verschlossene Türen kümmern. Also der Ben hat mit verschlossenen Türen nichts am Hut. Aber der Ben kann gut tragen. Weil sein Bruder ist aus dem Haus Engel. Ja, er ist stark. Ich bin prinzipiell eh auch stark, aber dann würde ich trotzdem versuchen, eventuell ein, zwei Türen zu öffnen, dass wir dort auch schon einen Vorteil vielleicht haben. Ja, ich schwöre einfach, wo schlecht heute. Es ist einfach voll, wo wo. Und was hast du insgesamt? Ja, sieben. Sieben? Such dir eine Tür aus, die wirst du öffnen können. Ich will die, glaube ich. Okay, passt. Mach die mal auf, damit wir sehen, dass die geöffnet ist. Sehr gut. Ja, passt schon. Wurscht. Spielt keine Rolle. Ich sehe schon. Groß, groß war es dir. Lass uns die Tür aus den Angriff. Doch mit Kraft. Die liegt jetzt da herum. Schluss. Okay. Ja, die Tür ist geöffnet. Wo wollt ihr die Fässer hin tun? Ben, schau da mal. Ja, passt. Fässer transportieren. Auf die Latrine zum Ausleeren. Ja, das ist mal kein Problem. Das hat auch schon funktioniert. Was tut ihr dann? Lass sie sie leer? Was tut ihr rein? Wasser. Schon Wasser. Die sollten dasselbe Gewicht haben. Ja, und vor allem, wenn sie wirklich einen Feuerzauber dann machen, dann wird er halt gelöscht. Was hier bemerkt ist, wenn ihr das in die Latrine bringt, da ist tatsächlich Öl drinnen. Also, das erkennt man gleich am Geruch. Und ist alles klar, da ist Öl drinnen. Ich würde gerne ein, zwei Fläschchen Öl aber auffangen. Ja, bitte. Schreib sie dir auf. Ich würde gerne schauen, dass die Fässer so ausschauen, als hätten wir sie nicht gegen Wasser ausgetauscht. Also, dass sie eben das gleiche Gewicht haben. Ja, ja, ja. Also, ich würde gerne Deception. Die sind jetzt nicht randvoll mit Öl. Aber es ist eine gute Bodendeckung plus 15, 20 Zentimeter Ölschicht da drinnen, die gut brennen würde. Und genauso viel Wasser würdet ihr quasi dann nehmen und gerade rein tun. Ja, bitte. Das ist kein Problem, das könnt ihr tun. Ja, Deception. Ja, sehr gut. Ehrlich, wie wir vor sollen. Du hast das Gefühl, hat in etwa dieselbe Schwere an Fässern. So, stellt sie auf, wo ihr wollt. Jeder schnappt sich mal ein, zwei. Der Ben tut das, was ihr sagt. Das ist eine Arbeitstrohne. Wissen wir, wo die andere Gruppe startet? Euch gegenüber, hat die Serafina gesagt. Warum gleich bei uns? Damit sie drauf schießen. Weil das der Plan ist, ist das nicht blöd, ja? Weil da wären gleich, da sind wir alle, dann können sie drauf schießen und verdunen einen Zauber. Aber wollen wir uns nicht irgendwo in einen größeren Raum begeben? Was ist, wenn die einen mächtigen Zauber wirken, der uns alle trifft? Wir können uns in dem kleinen Raum nicht aufteilen. Das ist ein ganzes Wort. Ja, aber da kommen wir rein. Wir können ja dann da rein. Ja, die Tür wäre gut gewesen zum Aufmachen. Du hast mir nicht gesagt, warum. There was no reason for me why. Oder es endet in einer Sackgasse. Es endet zu, dass es in einer Sackgasse wäre. Nein, das ist zu. Na, da kann man schon tun. Das ist eine Öffnung. Ganz heilig. Ich glaube, das war zu. Okay, das habe ich jetzt auch falsch verstanden. Vielleicht du vielleicht noch ein Fass da rein, wieso nicht? Ja, genau. Okay. Sehr gut. Ich habe noch eins. Lass es den Ben weit schleppen, nein. Nein, nein. Ist das eine Wand? Ja. Ja. Ja, okay. Gib da drinnen auch noch eins rein, schau. Hier rein? Ja, wieso nicht? Mhm. Gut. Der Tag des Duells. Ich hasse es. Eure Ich wollte schon sagen, Zimmernummer. Aber Team Goblin Grill. Man sieht einen eine nennen wir es Holographie, eine Illusion in der großen Aula, wo die Duelle mitverfolgt werden übrigens. Ja, da könnt ihr mitverfolgen. Aber tatsächlich ist es so, dass euer Duell das erste Duell des Tages ist. Das erste Duell dieser Prüfungs, dieses Prüfungszyklus. Und natürlich haben sich alle eingefunden in der großen Aula, wo ihr damals willkommen geheißen wurdet. Und aus einem Kristallgeflecht, das dort angebracht am Boden aufgelegt wurde, ist eine Projektion. Man sieht auf der einen Seite eine mehrarmige, dämonische Kreatur mit Schwertern, Skimitan, Flammenhänden, Blitzschlag in der anderen, dämonisch cool. Steht sie da, dreht sich und auf der anderen Seite sieht man einen Goblin, der eine Wurst auf einem Zweizack hat mit einem Apron, mit einer Schürze. Ja, Team Marilith gegen Team Goblin Grillen. Es sorgt auch für Gelächter so ein bisschen, die ganze Geschichte. Der Ben hat ein stoisch steinerndes Gesicht, wenn er das sieht. Und das Duell beginnt. Für euch, ich habe es euch kurz vorher schon erwähnt, wir machen ein bisschen eine andere Initiative heute als eigentlich. Ich würde gerne, bevor das praktisch wirklich losgeht, also wenn wir wissen, okay, Präparationen habt ihr gleich. Okay, gut, dazu komme ich gleich. Ich wollte nur kurz erwähnen, wenn es losgeht. Das Initiative-System funktioniert ein bisschen anders, wir würfeln einen D6 und zwar in jeder Runde einer von euch und auch ich und dann schauen wir, ob ihr beginnt oder ob das andere Team beginnt und dann geht es so Giegel-Gogel, Ping-Pong-artig. Ihr könnt entscheiden, wer als nächster dran ist, hat so ein bisschen einen taktischen Hintergrund und ist vielleicht auch ein bisschen spannender in dem Fall als ein normales und ist ein bisschen weniger aufwendig für mich, weil ich nicht acht Zettel da hängen habe, sondern ich kann es mir auch selber aussuchen. Klingt sehr cool. Wir werden es probieren, wir werden sehen, wie das funktioniert. Manchmal machen wir Dinge gleich on the fly. Ja, bitteschön, Vorbereitungen. Wann habt du die eine oder andere Stunde vor dem Duell? Wissen wir, wann genau das Duell startet? Gut, eine dreiviertel Stunde vorher würde ich anfangen mit unseren Vorbereitungsdingern. Okay. Weil mein Armour geht für eine Stunde. Ja. Meine geht für acht Stunden. Und das Force Life aber für eine. Genau, deshalb habe ich eine dreiviertel Stunde gesagt. Genau, was haben die gesagt, wie lange wird dieser Kampf, also wissen wir irgendwas? Bis Last Man Standing. Und das ist die nächste Frage, was ist das Ziel? Last Man Standing, Last Team Standing eigentlich. Da reicht, wenn einer üblich bleibt. Ich würde mir eine Mage Armor rechtzeitig zaubern, das kann ich aber sogar schon zu Mittag machen, dass ich dann mich dazwischen noch ein bisschen regenerieren kann. Und ich bin so aufgeregt, dass ich irgendwas zum Tun brauche und deswegen mache ich das. Ich kann aber auch noch jemandem eine Mage Armor geben. Mage Armor geht nur auf Self. A Touch Willing Creature? Das range nicht Self bei Mage Armor. Mage Armor, you touch a Willing Creature who isn't wearing armor and a protective magical force surrounded. Also jemand, der Armour trägt, kann es nicht tragen. Ach, Shield ist es. Okay, ja, sorry, passt. Also, ja, bitteschön. Ich meine, rein theoretisch, wenn wir es in der Früh schon starten, könnte es sogar jedem eine geben. Ja, klar. wenn ich die Short Rest dazu nutzen kann, dass ich praktisch wieder meine Spell zu regenerieren Ja, ja, klar, bitteschön. Ah, kann man da Armour of Agathes drüber zaubern oder kann man nur einen haben? Na, das geht, geht, wenn es nicht ein Concentration Spell ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Armour of Agathes nicht ein Concentration Spell ist. Aber das müsst ihr schauen, bitte. Ist es nicht? Ist es nicht? Ja, dann geht es, natürlich. Ja, klar. Wenn es ein Touch Spell ist und wie man anderen geht, klar. Na, cool. Dann würde ich allen das machen. Ja, bitteschön. I do the Goblin Grill Buffing. So, das heißt, jeder von uns, wenn... Wie viele Spell Slots hast du? Du beginnst in der Früh ja schon damit. Ich würde das, weil das hält acht Stunden, das heißt, da würde ich tatsächlich in der Früh damit beginnen. Das hält acht Stunden kostet dich Spell Slots. Hast du eine Zeit für den Long Rest dazwischen noch? Nein. Glaube ich nicht. Naja, du kannst schon alle Spell Slots verbrauchen, aber du kriegst halt dann nur mehr einen zurück von Akin Recovery. Okay, wie ist das Akin Recovery? Wie viel kriege ich dazu? Ich glaube, das ist alles für meinen Fehler. Ich kriege nur einen zurück. Einen Spell Slot. Okay, dann solltest du vorsichtiger sein. Jaja, dann habe ich das falsch abgespeichert. Entschuldigung. Gut, dann pro Short Rest kriege ich einen zurück? Nein, du kriegst Akin Recovery, da kriegst du in einer Short Rest einen Spell Slot zurück. Akin Recovery kriegst du erst bei einer Long Rest wieder zurück. I see. Now I got it. Dankeschön. Das heißt, einmal ist dich selbst. Wahrscheinlich. Ja. Dann hast du alle wieder verfügbar. Genau. Also Piu Piu. Piu Piu. Ich wollte Falls Live auch noch machen. Guck mal. Und einen kriegst du wieder zurück. Drei Spell Slot hast ja. Dann hast du noch zwei dann. Ja. Dann mache ich es doch so. Entschuldigung. Ja, da fällt viel Information an mich. Okay. Gut, gut. Ja, sorry, da buff ich doch nicht ein. Es ist mir leid. Das macht ja nichts. Rufus braucht keine Buffs. Ja, ist ein Buffs. Das hat er schon. Tatsächlich, Rufus Vorbereitung wird einen kleinen Teil inkludieren, wo er sich einen Spiegel oder irgendwas sucht, wo er glaubt, alleine zu sein und dann hängt er sich seinen blauen Umhang um. Uh, schön. Und er stellt sich vor den Spiegel. Zwaranda. 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 Zwaranda steht hinter ihm und macht einfach nur so und schaut und so geht's wieder. Ja. Wird schon. Ja, ich mach so circa dreiviertel Stunde vorher Arm auf Agathys und zwar stehe ich da im Zimmer und mach so sagt es mir, ob das cool ausschaut und mach die Augen zu und mach so und dann kommen aus dem Boden raus so schwarze Schlieren und die fahren um mich herum und die sind eiskalt und dann schaut es ein bisschen aus, als hätte ich so einen eisernen Umhang um und ganz schwarze Augen. Wie hat das ausgeschaut? Wie hat das ausgeschaut? Ich weiß nicht, wie schnell sie die Augen wieder aufmacht oder das erste, wie ich das sehe, so so fuck the water, ich habe solche Augen und in dem Moment, ich versuche mich aber so schnell wie möglich zu recovern, dass du das nicht siehst, dass ich eigentlich Urangst hatte. Ben schaut dich an das ist jetzt irgendwie ambivalent. Eigentlich bist es du, aber das ist irgendwie schon so ein bisschen gruselig. Aber cool, oder? Greif mal, ist ganz kalt. Super cool! Es ist kalt. Oh, ja. Also ich, und dann lege ich mich hin. Ich habe Urangst gekriegt. Dann lege ich mich hin für 10 Minuten. Und dann ein Nap mit 10 Minuten. Short Rest. Ja. Bei mir sind Short Rest 10 Minuten. Für euch Regelleute da draußen. Ja. Also ich mache die Mage Armor, die mache ich aber schon am Vormittag. Und das ist wirklich so, das haben wir eigentlich alle gleich gelernt. Das heißt, man streicht sich immer so drüber und dann erscheint mit den richtigen Worten auch so ein kurzes, so ein silbernes Flirn. Und dann hat man einfach, weiß man, man ist ein bisschen geschützter. Ja. Und dann auch so kurz nachdem die Mirabelle ihr es gemacht hat, spreche ich auch noch einen Spruch, um mehr Lebenspunkte zu haben. Ja, okay. Das muss ich aber würfeln. Ja, bitte. Ich glaube, die 8. Nein, nein, die 4 plus Dein Spellcasting möglichkant. Nein, plus 4. Wow. 4 plus 4. Ja, bitte. 8. 8 Hitpons extra. Du kannst es gut gebrauchen. Das ist los. Ordentlich. Das war es doch nicht so viel. Ja. Das ist ordentlich. Okay. Plus temporary. Sollst du noch irgendwelche Vorbereitungsarbeiten? Und dann lege ich mich auch hin, weil das war tatsächlich sehr anstrengend. Ein kurzer Pep-Talk vielleicht über Strategie. Ja, bitte. Wo ich einfach nur nochmal wiederhole, was wir eh schon geredet haben. Es ist relativ redundant. Aber ich glaube, Rufus ist so nervös, dass er das mehr für sich selbst macht und versucht das irgendwie nach außen zu projizieren und sagt nochmal, ja, wir fokussieren eine Person Welche? zur anderen natürlich. Danke. Warum? Okay, ja. Natürlich. Warum nicht? Ja, ich bin mit dir. Nein, ich interfrage das nicht. Du hast den Plan. Ja, wir fokussieren nicht die Ethel und dann versuchen wir einfach am Leben zu bleiben. Wir versuchen sie down zu bekommen, aber nicht zu keine Priorität. Nicht zu peinlich. Und nach Möglichkeit vielleicht die letzte. Ja. Okay. Aber die tatsächlich die Tempest wird das größte Problem sein. Ich glaube, dass die 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 also wenn wir den Kopf abschlagen haben wir immer noch das Schwert, aber ich glaube, wir sollten uns schon auch relativ bald um die Tempest kümmern. Möglicherweise. Gott, ich hasse es. Wenn wir den Kopf abschlagen, ich schlage nicht mit dem Kopf ab. Nein, ich meinte von Ja, Ben. Das war metaphorisch gemeint. Das weiß er. Er schleift weiter sein Schwert. Es ist ja doch ein Schild jetzt. Zoranda zuerst Tempest. Aber die Tempest ist ist der Kopf. Ja. Nicht der Zoranda. Aber der Zoranda ist doof. Nein, der Zoranda ist mehr ein kleiner Finger. Okay. Wir können auch zuerst die Tempest haben, aber wir fokussieren alle die gleiche Person. Ja. Wir sollten nicht unsere Aufmerksamkeit teilen. Gut. Womit greifen wir an, wenn wir angreifen? Ich zeige dir sein Schwert. Ich, ja. Wir sollten schauen, dass Ben, dass du unser Schild sein kannst. Er nimmt das Schild vor und stellt es neben sich. Wir Ben dabei unterstützen, dass er nicht den ganzen Schaden frisst. Mhm. Und wir versuchen, so viel Schaden anzurichten, wie möglich. Ja. Verstecken wir uns jetzt hinter den Fässern oder wie machen wir das? Ist das unser Plan? Ist das unser Plan? Ja, ich glaube... In der ersten Runde vielleicht? In der ersten Runde? Ja, um ihnen schon ein bisschen die Zauberkraft auszuziehen. Ist das wie beim Boxen? Also sobald jemand... Sobald jemand... Sobald jemand... Ich würde warten, bis jemand einen Schaden in irgendeiner Art und Weise genommen hat, weil dann kann ich mehr Schaden machen. Aha. Gut. Ich glaube, das sind Details. Ich glaube, das sind so Sachen, die funktionieren dann eh nicht. Ich vermisse... Ja, genau. Tempest zuerst. Tempest zuerst. Was? Tempest zuerst. Gut. Und die... 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 Die Essel zum Schluss. Genau. Ja. Gut. Okay. Schnitt. Ich habe oberangst. Man sieht... Eine Tür, vor der ihr steht. Nervosität. Bevor die Tür aufgeht. Eine für dich. Eine für dich. Eine für mich. Nächstes Mal. Das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Beim letzten Mal habe ich dir eine gegeben. Ich kann mich nicht erinnern. Das ist schon in Ordnung. Ich habe ein Schild. Sagt er da. Dann siehst du wie er sein Schild fest surrt an seinem Arm ein großes Schild. Ein großes. Und dann schlagt er mit dem Schwert zweimal dagegen. Und dann flüstert er bei Worte. Küsst kurz das Schwert. Und dann siehst du wie eine grüne Flamme und dem Schwert nach oben fährt. Und er ist so auf... Und dann hört ihr eine Stimme. Und zwar seid ihr euch ziemlich sicher, dass es die Gisela Voss ist. Die hier spricht. Und sie sagt Liebe Prüflinge diesem Turnier geht es das erste Mal auf Leben und Tod. Das erste die erste Prüfung bei der in früheren Läufen Schüler gestorben sind. Wir legen es nicht darauf aus. Wir bitten euch die nötige Vorsicht walten zu lassen. Aber wir wissen Unfälle geschehen. Im Prüfungsraum selbst werdet ihr unter anderem Gegenstände finden, die euch vielleicht bei diesem Duell helfen können. Heiltränke, magische Batterien, Dinge, die hilfreich sein werden und sein können. Wenn ihr daraufhin Zeit verschwenden wollt und das Verschwenden habt ihr das Gefühl ist so ein bisschen... Dann tut das. Möge die Prüfung beginnen. Und dann geht das Tor, vor dem ihr steht oder die Türe oder fast ein Tor sinkt in den Boden und auf der anderen und auf der anderen Seite euch gegenüber seht ihr auch wie das Gleiche passiert. Und dort seht ihr wie ähnlich dem Ben, die Zwergin vorstürmt und die Gruppe Marie-Liv hinter ihr her sofort beginnt in den Raum rein zu rennen. Aber jetzt sind wir genau dort, was wir vorher gesagt haben. Die Initiative. Wer von euch möchte beginnen, die Initiative zu würfeln? Nein. Zwei. Ihr habt Textmodifikator von eins. Du hast? Ich glaube, ich habe null. Ich habe auch eins. Okay. Das heißt plus zwei. Ja, null. Gut. Plus zwei ist in dem Fall vier. Okay. Die Basra rennt los. und verschwindet hinter einem Eck. Aber ihr seht, während sie rennt, seht ihr, dass die Axt, die sie jetzt in der Hand hält, auch so ein leichtes Glühen hat. Also die hat auch etwas mit ihrer Waffe getan, aber die ist so ein bisschen das Pendant zum Ben im Endeffekt. Ihr seid dran. Wer von euch will denn ich glaube, wir lassen dem Ben den Vortritt. Ja. Ja. Na, Kämper. Gut. Der Ben schaut euch an, nickt und rennt nach vor macht sechs Felder, aber geht dann in eine Art defensive Haltung, um Dingen auszuweichen oder sie abzuwehren mit seinem Schild. Gut. Die Tempest schlendert fast schon entspannt nach links, öffnet die Tür und hebt das Gefühl, die war aber eigentlich, also wie ihr dort wart, war die verschlossen. Diese Tür. Und sie geht einfach hin, macht auf und verschwindet in diesem Raum. Bitteschön. Was macht ihr? Bist du als nächstes nach? Oder rein in den Raum? Ich würde eher darauf achten, erwarten, was ihr macht. Alles klar. In dem Fall Rufus wird... Ich glaube, Rufus hat es gesehen, dass die Tür einfach offen stand. Nachdem ich direkt neben der Tür stehe, mache ich einen Schritt nach links und teste, ob die Tür einfach aufgeht. Die Tür geht auf, ja. Die Tür hier. Ja. Okay. Ich werde nichts hineingehen, werde einfach weiter nach vorne gehen, dem Plan folgen und mich... Wirfst einen Blick hinein? Ja, ich glaube, wenn die Tür aufgeht, dann würde ich schon einfach hineinschauen. Du siehst, am hinteren Ende dieses Raums steht ein Hebel. Ein Hebel? Ja. Sagst du? Ja. Was ist... Mein Movement Speed wird ausreichen, dafür, dass ich dort hinkomme. Ist mir klar, wofür dieser Hebel sein könnte? Keine Ahnung. In diesem Raum steht ein großer... Der ist wirklich so, dass man... rüber... Schaut gut im Takt aus. Es ist nicht das Gefühl, dass es eine stärke Sache ist. Aber es ist ein großer Hebel. Vielleicht auch nur deswegen so groß, dass man ihn gut sehen kann. Ich werde für mich selbst würfeln, ob Rufus... Weil er ist sehr interessiert daran, was das jetzt sein könnte. Und es könnte natürlich einen riesigen Vorteil bedeuten. Natürlich muss er dann natürlich diesen Vorteil... Bei einem Spieler einen roten Knopf und der wird ihn drücken. Oder? Ja. Reinbedingend. Die Würfel haben beschlossen, ich muss den Hebel jetzt umlegen. Rufus läuft in den Raum rein. Ich schrei vielleicht noch... Ich zieh diesen Hebel! Und dann... Und dann hört man... Und du machst das, das ist easy. Am Anfang ist ganz kurz ein Widerstand und dann spürst du, wie so eine Kette und das Ganze gut geölt rüber geht. Dann hörst du so ein... Und dann... Und dann... Das hört ihr alle... So ein... Und dann... Und mir beginnt das da herunten so ein bisschen ganz leise zu surren. Oh nein. Oh nein. Ähm... Ich bin scared hier. Ich bin scared. Was passiert hier? Ich habe einfach Angst. Ja? Ist okay. Also ich... Die Kassandra nicht. Nicht so. Da. Zorander. Zorander! Läuft los. Geht los. Und du siehst, wie er in seinen Händen irgendwas murmelt. Und du merkst... Du kennst... Du merkst nichts. Ihr könntest mir einen Arcana-Check machen, die ihn sehen. Der Ben macht das auch. 17. 17. 17. Der... Castet etwas. Und zwar für dich ein bisschen schräg. Weil er im Vorgehen einen Chromatic Orb macht. Und du siehst, wie Elektrizität... glitzert. Sich bewegt in seiner Hand. Und eine Kugel aus purer Elektrizität... auch zu altem fährt. Allerdings nicht dich dort vorn trifft, sondern das Fass, wo Wasser drin ist. Mhm, war klar. Und... Ach Gott. Er kann es aber noch immer verfehlen. Ja! Der Zorander rennt. Und ihr seht, und er grinst so wohlwissend. Und er macht diesen Zauber, diesen elektrischen Zauber, aber der verfehlt das Fass. Er verfehlt dich, und verpufft irgendwo in die andere Richtung. Und er hört es ihm so. Verfluchte Scheiße! Und dann verschwindet er mit seinem letzten Schritt ums Eck. Nimm mal hier rein. Komm ich da verpägt? Ja, ja. Mach dir keinen großartigen Kopf. Geh dorthin, wo du gehen willst. Okay. Ich würde gern da her. Ist in dem Raum irgendwas? Da stehen zwei Fässer, die ich da reingestellt habe. Aber sonst nichts? Nein. Ich bleib mal hier stehen. Okay. Nein. Stimmt gar nicht. Ich bin hier reingegangen. Ja. Und wie viel sind 30 Fuß? Ja, sechs Felder. Dann würde ich gerne hierher Misty steppen. Da musst du sehen, wo du hingehen willst. Das geht nicht auf blind. Da musst du einen Sichtkontakt haben. Okay. Von einem Dach zum anderen zum Beispiel. Ja, okay. Ein Loch in der Watt. Ein Loch in der Watt. Ja, bei einem Loch in der Watt geht's, genau. Ja. Na, dann bleib ich da, weil da. Okay. Tut mir leid. Ja. Das ist dasselbe, was die Ethel sagt. Tut mir leid. Hört ihr sie sagen und sie läuft los und verschwindet hinter diesem Eck hier. Ich lasse jetzt hier stehen, was auch immer die dann machen, aber das ist das Letzte, wo ihr sie gesehen habt. diese Personen. Bitte schön, Sissi. Die Kassandra kann jetzt tatsächlich dashen, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie das mit Schrägmovement jetzt ist. Sonst würde ich bis daher, glaube ich, kommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ja, ja, bitte. Einfach dorthin. Sehr gut. Gut. Initiative. Wer von euch möchte den zweiten Initiative Wurf machen? Ja, müssen wir nicht. Sechs Säte. Plus zwei für euch. Sieben. Sieben. Sechs, bitteschön. Aha. Nein, sieben. Entschuldigung, auch sieben. Also was passiert jetzt? Einfach, wer höher würfelt. Normal, okay. Geht schon. Wer höher würfelt. Ja, ihr. Ha. Ja, euch. Aha. Passt. Wer möchte von euch? Geht schon los. Ähm, ich, weil ich mag wissen, was mit dem Ding passiert. Mit was? Womit? Passiert irgendwas. Nein. Nein. Es macht so. Es surrt, das Gefühl, diese Energie, da ist eine Energie, die sich gerade jetzt aufbaut. Irgendwo. Irgendwo, irgendwie. Na gut, ich verwende, ich verwende zehn Fuß von meinem Movement, um in den Raum hier reinzuschauen. Ja. Ist da irgendwas? Leer. Leer. Gut, vielleicht ist das irgendeine Falle oder sowas, die wir gerade aktiviert haben, wo niemand drin steht. Ähm, dann werde ich wieder raus. Also eins, zwei, drei, vier, das bringt mich genau bis zur Tür. Und, ähm, ja, ich werde dann dashen und werde weiter vorrücken. Und zwar im Moment sehe ich überhaupt niemanden, das heißt, ich werde mich zum Ben vorpirschen. Irgendwo gegen die Wand vielleicht. Okay, das ist gut. Ja. Du pirscht dich an zum Ben, Richtung Ben. Und zwar superschnell natürlich. Na klar, ja. Ich bin ein Scherel. Ihr seht, der Saranda kommt hinterm Eck hervor und diesmal nicht mit einem, äh, mit einem Chromatic Orb, sondern mit jetzt tatsächlich eine Flamme, die sich bildet. Und du siehst, er hat gerade so auf dem Ben und dann sieht er dich und dann castet er seinen Firebolt auf dich statt auf den Ben. Wohl wissend, dass der Ben als Tiefling ein bisschen resistenter gegen Flammen ist. Aber, ähm, ja. Das macht er und er versucht es einfach mal. Und diesmal werden es 21. 21? Ja. Uiuiui. 21. Der Saranda ist kein Dummer, nein. Das kann ich nicht mal schilden, ja. Das trifft. Das trifft. Okay. Ist und bleibt aber nur eine D10. Eine schön sichtbare. Ja. Drei, okay. Das kann man verkraften. Ich glaube, ein Sausen an dir vorbei, also fast an dir vorbei. Du spürst da, wie so ein Teil auf deinem Hals auftrifft und du dir ist klar, es wird eine Brandblase werden, die sich dort bildet. Aber es ist nichts Dramatisches geschehen. Noch ist nichts Dramatisches geschehen. Und dann läuft er quer vorbei und verschwindet auch hier. Ich würde hier raus. Ja. Einen, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Sehe ich von hier aus wen? Nein. Dann würde ich jetzt als Bonus Action Misty Step machen. Ja. Und dann kann ich noch zaubern, oder? Einen Can-Trip kann ich noch zaubern. Einen Can-Trip kann ich machen. Gut, dann würde ich mich gerne hierher Misty Step. Und du siehst in dem Moment, wo du dort auftauchst, siehst du die Basra, die schaut und die hat eine Wurf-Axt in der Hand und mit ihrer Reaction hat sie offensichtlich darauf gewartet, dass jemand auftaucht dort und wirft diese Axt. Zwei. Das Leute, die lassen wir, ob sie rausfügt oder nicht. Und die Axt saust und segelt weit über deinen Kopf. Vielleicht war es dieses Auftauchen aus diesem Mist, aus diesem Nebel, das hat sich komplett überrascht. Wow. Und die wirft die Axt dort irgendwo hinter dir, hörst du was, quimper, quimper, wie die am Boden landet und dort liegen bleibt. Okay. Und dann würde ich gerne auf den Herrn... Soranda? Soranda! Äh, den Meldritscher Plastma. Okay. Sehr schön. So. Bitte. Come on, come on, come on. Mit dem D4, ne? Wenn du ihn brauchst. Ja, ja, ja. So. Wenn du ihn brauchst, dann geh. Das wäre eine Eins. Ja. Das heißt, der trifft sowieso nicht. Der trifft sowieso nicht. Ob die Vier oder nicht. Oh, gosh! Es ist so ein bisschen, du hast diesen Mist, die Step schon das ein oder andere Mal verwendet. Aber, was jedes Mal der Fall war, war, dass es für dich noch so ein bisschen Desorientierung bedeutet. Du bist gerade da, dann bist du woanders, du drehst dich um, du siehst die Typen, magst deinen Zauber und damit der Eldritch Blast geht irgendwo hin. Mhm. Die Basra läuft los und beginnt auf dich einzuschlagen. Mhm. Vorher auch schon hervorragend zugeschlagen. Mhm. Nein. Das schaut wild aus. Das sind 23. Die Point? Nein, 23. So viel. Rüstungsklasse. Das ist viel. Ja. Das wäre arg, oder? Ja. Gut. Dann sind es sieben Schaden, die sie dir macht. Ja. Ja. Und du spürst, wenn sie dich trifft, wenn die Axt, du spürst die Axt, wie sie in dich eintrifft. Mhm. Und du hast das Gefühl, dass du kurz so einen, äh, so ein, äh, so ein, äh, hörst, dass du auch gleichzeitig spürst. Kannst du mir einen, ähm, Akana-Check machen bitte? Ja, und sie kriegt bitte mal fünf Schaden von meinem Armer. Ich sollte mich mit dem Würfel würfeln. Was mache ich? Akana. Ja, äh, sechs. Okay. Du bist da nicht sicher, womit sie, aber du bist da sicher, das war ein Zauber, den sie gewirkt hat, auf irgendeine Art und Weise, mit ihrer Axt, aber du weißt nicht, was es, was es gewesen ist. Und du magst ihr fünf Schaden. Und? Und? Ich mach hellisch Rebuke. Ich fühle wohl schlecht. Äh, vier Schaden. Vier Schaden. Okay. Neun Schaden, das ist doch gar nicht so schlecht. Hätte jetzt auch noch Ärger ausgehen können. Aber, äh, ja, sie wird sofort, sie schlägt auf dich ein, du hörst das Boom und im nächsten Moment, uh, siehst du, wird's urfrostig, ja, sie, uh, strost bildet sich und dann aber gleich Flammen. Also sie wird gleichzeitig erfroren und, äh, und verbrannt. Genau. Das war die Basra, die hat mehr Schaden von dir gekriegt in ihrer Runde als du von ihr. Das ist gar nicht schlecht. Wenn sie mir Schaden macht, also wenn sie mich haut und ich mich umdrehe zu ihr, sage ich, deine Zöpfe fallen auseinander. Ja, ist nicht ganz unrichtig so. Und die kugeln jetzt ein bisschen. Bitte schön. Trägt sie Arme eigentlich? Trägt sie Rüstung? Ja. Ja. Was für eine Rüstung? Metallrüstung, siehst du. Das ist eine Zwergin. Okay, ähm. Bitte schön. Ich stehe vor hier, gell? Ja. Ja, das ist, du läufst raus, siehst gerade noch die Zwergin, die dort hinten verschwindet und hörst, dieses wilde, diesen wilden Schlagabtausch, Flammen, Eis und Metall. Und was tust du? Ich nehme tatsächlich Shocking Grasp und ich habe Advantage. Ich stimme, weil Metallrüstung, gell? Ja. Plus 4. Plus 4. Ich würfel mal und schau. Ja. Also plus 1, die 4. Also ich mache auch Advantage, ob ich überhaupt treffe. Also entweder 17. Trieft jetzt schon. Natural 20. Cool. Jawohl, endlich. Cool. Ja, der erste kritische. Sehr gut. Advantage zahlt sich aus. Bitteschön. Zahlt sich auch einen D8. Ja. Den darf ich zweimal würfeln? Ja. Das ist nicht der D8. Das ist der D8. Ähm. Genau. Du hast zweimal würfeln oder einmal max? Einmal hast du schon 8 Schaden und jetzt würfelst du noch einen D8 dazu. Wow. Und sie hat keine Reaction, das heißt 8 plus 6 ist ähm... 14. 14. 14 Schaden, aber heute kann ich's. Und kann keine Reactions machen. Ohhhh. Das heißt, wir können auch weglaufen. Jawohl. Wow, okay. Deswegen hab ich das gemacht. Das war ziemlich arg. Also ich lauf hin und stell mich neben sie und schau sie wirklich an und greif ihr auf die Rüstung, also auf die Rüstung beider Rüstung praktischieren und schicke wirklich mit ein paar Worten Lightning durch meine Finger in sie hinein. Sieht gerade noch, sie dreht sich gerade um in ihre Richtung wieder und holt gerade wieder aus und sagt, ich greif dich schon auch du Hinterwettlerin. Und in dem Moment, siehst du ihre Haare, ihren Backenbart, der so richtig fluffig wird und groß und dann bricht sie so halb ins Knie. Also, du hast das Gefühl, die wird von ihrer Rüstung und ihren Haaren gerade noch aufrecht gehalten. Die schaut gar nicht mehr gut aus. Ja. Das war glaube ich, ich kann nicht mehr machen. Bonus-Aktion, weiß ich nicht. Du hast einen Kentrip gemacht, du könntest einen Bonus-Action-Zauber machen. Also war das eine Bonus-Action-Zauber? Weiß ich nicht, was du hast. Ich glaube jetzt gerade auch nicht. Nein, also das passt für mich jetzt auch so. Ja. Dann hört ihr den Sorander, der sagt, Äthl, mach was. Und ihr seht die Äthl nicken und im Raum verschwenden. Und da hören wir auf. Und da hören wir auf. Untertitelung des ZDF, 2020